Oder machen wir hier wirklich einen Schnitten machen morgen, wenn die letzten zwei? Oder übermorgen? Watt! Oder machen wir wirklich dann... Probieren wir es noch, komm! Okay, also sieben greifen wir auf jeden Fall noch an! Ach du heimliche Scheiße, hätten wir es doch nicht gemacht! Subtraiert ist gleich eine blöde Kuh! So, ich mache hier erstmal alles voll! So, was bewegt das? Ah ja! Und das? Hm? Aha! Ah ja! Ähm! Ähm, Idee! Geht das irgendwie? Haben wir da irgendwie ein Ziel? Nö, haben wir nicht! Also, Tatsache ist folgende, guckst du mal! Mhm! Hier kann ich das da oben ausklappen, das bleibt nur die begrenzte Zeit da und dann kann ich hier einen Würfel runterschmeißen! Das heißt, ich muss da quasi durchsprengen! Dann warte mal, lass das mal bitte gerade offen, ich will das schon mal voll spritzen! Du musst quasi... das geht nicht! Das ist durchgängig! Bist du sicher? Ja! Warte, ich mache es nochmal auf, dann kannst du es nochmal ausprobieren! Müsste aber... Ja, ja! Geht nix, ne? Ne! Schade! Gut, ich würde gerne, dass Hauptgitter ist! Hauptgitter! Ähm! Also, du hast das aufgemacht! Ich muss da durchspringen und dann da oben landen und dann... Kiste schnappen! Ja! Und wieder abhauen! Okay, gut! Nächste Frage, wie komme ich da hoch? Das habe ich mich gerade auch gefragt! Ich habe eine Idee! Du... Ich brauche... Wir brauchen wieder so eine Art Tunnel... Ich brauche von dir... Ich brauche von dir... Ist das da hinten am Portalwand? Nein! Ich weiß schon, was du von mir willst! Ist da! Wahrscheinlich, ne? Weiß ich mal nicht! Wo habe ich denn jetzt das Gegenstück gesetzt? Da! Ne, das war's nicht! Ich hab' ich beinahe an die Wand geglitscht! Ja, ja! Ist ja auch beabsichtigt! Moment, ich muss nur mal ein bisschen spritzen gerade! Spritzen, spritzen! Ah, halt! Ach ja! Los, gibt's mir! Oh, ja! Was? Warte seh mal, warte seh mal, warte seh mal, warte seh mal! Ich versuch jetzt mal was! Zuglenkung! Hm? Hm? Funktioniert doch eh nicht! Ne! Das wird an die Wand vorher geschleudert! Hm! Nein! Naja! Das wird nix! Und hier mit hochspringen, nützt's? Nein, geht auch nicht! Und hier mit hochspringen, nützt's? Ich versuch jetzt mal was! Hm? Ich versuch jetzt mal was! Prozent aber okay 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 ich weiß wie es geht die Wien zurück man kann 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 ich geht geht zurück nirgendwo richtig so so genau richtig das ist egal dass ich mich doch dutzende mal vor mir selbst sehe Moment Würfel noch nicht noch nicht da kommt die Nummer aber ich gebe ich gebe ich gebe ich ganz weg wunderbar woher ihr beunruhigt seid wegen der Menschen nicht alle sind Monster die meisten sind gute Testobjekte bringen wir zu Ende auf eine Million gute Testobjekte kommt dann machen wir so ein Monster auf einen würdigen Abschluss ja mal schauen wieviel Folgen das noch gewonnen sind 3 4 das fängt auch immer ein bisschen mehr an zu rückeln das Problem ist ich hab noch eine Extraaufnahme EI4 die hab ich auch noch gar nicht bearbeitet man muss es sieht man auch gleich hinter der Opfer die Tür öffnet sich nicht obwohl ich den Code einpas ich habe schließend die Euro ist der Kurs dort wäre schon mal weg dort täuscht mich nicht findet die Tür zur Kammer Tja, hallo Kaiser Wilhelm. Gibt es hier einen Gesippscher? Wir müssen da rüber. Wir müssen da rüberkommen mit Deutschland, ja? Gehen Sie mal weg, Deutschland. Okay. So, jetzt bin ich hier. So, hier ist Gleitgel. Aktiviere mal bitte den Schalter. Mach mal bitte das Gleitgel. Ach, das ist meine. Ich hab gemeint, der war bei dir, ja. Ne, da muss das, 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 das... Ja, dein Gegenstück. Wie? Wir müssen uns irgendwie... Hier oben, hier. Ja? Da musst du dein Hellblaues. Und dann mal eine Runde Gleitgel, bitte. Ach, Chlor, ja. Ja, ja. Und dann können wir das Gleitgel zum Anlauf nehmen und das, äh, Sprung... Sprung Dingens zum Sprung Dingens halt. Ja, noch mal eins höher hat das Gleitgel, zur Sicherheit. Weil da jetzt gerade ein Zwischenstück ist. Bei Sicherheit geht vor, ey. Jetzt müssen wir aber nochmal... Ja, gut, passt. Jetzt machen wir nochmal... Ah, ja, gut, wunderbar. Das tropft da einfach. Gut. Jetzt kommt der Baba zurück. Und dann probiert der das zuerst aus. So, jetzt zeige ich dir mal wieder, wie schnell das geht hier. Ach, ist das toll! Ich komm. So, jetzt gehe ich erst mal aufs Klo, gell? Ja, ich... Ich... Ich gehe bei den Frauen, was? So. Was? Das ist noch nicht zu Ende? Äh, nein, nein, dräng mich nicht ab. Warum nicht? Ich hab doch da was gesehen. Sehen heißt glauben. Nein, oh, nein, oh. Sehen heißt GLaDOS. Äh, halt, hier ist, äh, nix. Ey, lass mich hoch! Das war jetzt schon nicht geplant. Sehen heißt versehen, was? Oh, wir sind ja auch dumm, ja. Ja, sowieso. Hört auf damit. Ihr müsst hier die Teil zur Kammer öffnen. Du hast gefunden? Ja. Und gut. Und jetzt... Komm her rüber. Gut, du bist da. Und jetzt, zack. Halt, 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 halt. Halt. Halt! Sag das doch gleich! Ich hab's halt gesagt. Ach, gar nichts hast du. Ja, freilich hab ich halt gesagt. Ich habe nichts gehört. Warte, 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 warte. Du kommst rüber. Du kommst zu mir. Guten Tag. Jetzt? Du kommst zu mir. Du bleibst, äh... Einmal hier ein Portal setzen. Dann, ich lass, ich lass dich rüber. Aber ich... Nein. Nein. Aus. Puh. So. Da. Dann hast du da unten irgendwo noch diese eine Plattform. Da setzt du dann ein anderes Portal hin. Und dann springst du da durch. Dann kommst du da raus. Wie soll ich da durchspringen? Achso. Und bloß nicht wegmachen, weil ich komm nach. Okay. Ist weg. Ich bring dich um. Was? Ach du Scheiße. Wie soll man das treffen? Ja, gut getroffen. Bye. Tja. Das hier? Was ist das? Scheiße. Wie kommst du denn da drauf? Wie komm ich denn da rein? Ich will da rein. Nee, warte. Will ich das überhaupt nicht? Das weiß ich nicht. Kann das sein, dass das der letzte Abschnitt ist? Wäre durchaus möglich, ne? Möglich ist vieles, mein Freund. Das ist mein Freund. Hm? Ich glaube, du hättest auf deiner Seite irgendwie was Ähnliches machen müssen. Ja, Moment. Ich schau mal. Schau mal noch. Wir brauchen hier auf jeden Fall blauen Blubber. Ja. Da komm ich aber zur Zeit schlecht dran, weil das verglast ist. Weil das verglast ist. Ich meine, diese Ausreden, ne? Schwemmst du dich eigentlich nicht? Da geht nix. Da geht dir nix, ey. Ich mach jedenfalls jetzt erstmal alles voll. So. Jetzt du wieder mit dem klarkommst. Und jetzt? Ja. Scheiße, ne? Medea verbringt, da soll es hier wieder nichts. Ich hab wieder so ein Kreislaufsystem. Komm mal bitte zu mir. Müllkreislauf wahrscheinlich. Ja. Auf dem Boden ist ne Portalfläche. Da musst du mich hochdenksen. Da? Und auf geht's. Ach so. Fast. Ah, doch, natürlich. Und warum mal rückgängig das Ganze? Läuft so in die Wand, ey. Ich lass dich erstmal Geschwindigkeit aufbauen. Noch mehr. Noch mehr Speed. Speed. Was? Was? Ja, ich hätte... Och, Kollege. Du musst dann da hinten dran noch. Bla, bla, bla. Lügen. Alles Lügen. Also, wenn du so auf dein Steilwerk bedienst, dann ist ja... Weiß. Weiß, dann ist Polen offen. Ja, und? Und Herr Ober-TF, was ist los? Schnauze. Ich bin am denken. Ich geh mal duschen. Ich glaub, meine Idee war richtig. Ich seh hier oben nur leider nix, was mich darauf hindeuten könnte. Ja, aber wieso? Ich mein, mein Tempo müsste doch eigentlich groß genug gewesen sein. Ja, können wir nochmal irgendwo was machen? Ich probier's nochmal hier. Dass wir hier nochmal... Ach, ja. Jetzt dürfte es gehen. Jetzt müsste es gehen, ja. Miu, 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 miu. Ja, fast! Ach, Maus. Nochmal? Ah, da oben ist wieder Portal-Flächer. Ja. Aha. Ja, okay. Okay, Moment. Nein! Kommst du nicht hin? Doch. Jetzt hab ich's. Jetzt. Ich lass dich frei. Okay, dann kommen sie mal hoch. Hm? Oder bleiben sie unten? Dann lass ich mal hochkommen. Ach, ja. Ja, klar. Hm? Ähm. Ich brauch hier oben Gesülze. Du musst wieder runter, bitte. Na, freilich. Und einmal die Gesülze, bitte. Für dich geh ich bis am Ende der Welt. Das ist gut. Ja, jetzt kommt nämlich der Würfel zu mir geglitscht. Brauchst du den da unten für irgendwas? Nee, ne? Äh, nö. Aber ich kann mal schauen, ob ich bei mir auf der Seite irgendwo einen Würfel brauch. Das könnte nämlich, nö. 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 Nö, nö. Nö. Vielen Dank.